Ja, liebe Modellbahnfreunde, ich bin hier in St. Gallen in der Nähe vom Hauptbahnhof und was ist Pflichtbesuch in St. Gallen, wenn man überhaupt in der Schweiz ist und Modelleisenbahner ist? Vollkommen richtig, der Besuch eines Modellbahnabends. Wollen wir da hingehen? 16 Uhr. Wollen wir da? Wollen wir das? Wollen wir das so, dass wir so, dass wir es so, dass wir das hier im Pontian abgehen, dass wir die Anbieter jetzt reingefinden, wenn die Anbieter noch nicht mehr in der Schweiz immer wieder abmillen Anbieter der Ausgabe abgeben. Man hat die Anbieter nicht mehr in der Stadt. Wir haben das so, dass wir da nachdenken. Wenn die Anbieter gut eingefallen sind, dann ist es das so, dass wir das so etwas ein Bisschen haben, wenn alles zu helfen. Er liegt das so, dass wir uns im Rennen oder den Alpen geplant werden. Aber die Anbieter wiederholfenden sehen. Also wir wollen uns da, dass wir uns damit abhängig sind, weil wir uns da Bier, die habe ich auch noch von dir. Ja. Doch, 19 lang. Das ist ein Mensch mit Wüßen. Ich habe auch eine Ahnung. Ja, oder? Ganz hinten. Hier muss ich nachher nochmal gucken. Du bist noch nicht fertig. Oh, warte mal. Ah, guck mal. Ah, der Jägerndorfer. Puh. Komm, hör doch auf, ey. Puh. Dann gehen wir in einen Eisenbahnladen. Dann gehen wir in einen Eisenbahnladen. Britische Bahn. Spur G. Und was ist Spur Null? Spur Null, hinten ist Spur 1. Geil, das Krokodil. Nur geiles Zügel. Echt. Hier, da ist meiner nur ein N. Den ich zu Hause fahren habe. Da muss ich gleich mal gucken. Da brauche ich noch einen Personenwagen für. Meine letzten Kröten für einen Personenwagen ausgeben. Oh, hier gibt es sogar noch Häuser. Gebrautes H0. Ne, das ist N. Ne, das ist N. Das ist N. Guck mal, hier hast du echt. Hier kannst du hingehen. Und hast Krabbelkissen. Ja, ja. Das gibt es nicht bei uns. Aufgleichsschiene. Vielleicht mal ein Schalterschrott. Boah ey, ich werde hier blind ey. Ich werde hier wahnsinnig ey. Mal Leo 2. Ah, hier bleibe ich im Moment stehen. Ha, guck mal den. Den habe ich zu Hause. Das ist ein Eisenbauer. BEMO, was ist denn BEMO für ein Hersteller? Das habe ich noch nie gehört. BEMO ist H0M. Weil die Rätische Bahn ist der Schmalspruch. Ja. Darum BEMO ist eine Hersteller. Was neben dieser Wagen nicht gesagt habe, wo keine Verpackung mehr da ist. Ich muss das alles, das glaubt mir zu Hause keiner von meinen Modellbahnleuten. Keiner, keiner. Der sagt, du lügst. Nein, hier guck das Video an. Lüge nicht. Hier hast du noch alte Trafus. Ja gut, ich fahre mit Rock. Ich brauche das nicht. Flexgleise. Ja, auch. LGB Schienen. Direkt am Stand. Ah, noch. Okay. Noch. Und Löcher. Genau. Jetzt noch einmal ausdrücken. Ich weiß, das ist H0. Aber ich würde mir mal ein bisschen schlafen. Ich würde mir mal den Breakdancer kaufen. Demnächst vielleicht zu Weihnachten. Schade, dass es in Spuren nicht solche Kirmesgeschäfte gibt. Aber vielleicht kommt irgendeiner mal auf die Idee und bildet das. Macht so Teile für STL zum Ausdrucken. Ja. Und? Brauchen wir ein Herz-Tropfen oder geht's? Ja. Es geht, noch geht's. Schli kurz vor dem Herzinfarkt. Also. Ich habe mich schon ein Dardım. Sehr Okay.